Wenn man Dr. Franz Metz dem Musikwissenschaftler gebürtig in Darrowa zuschreibt von Seiten der Landsmannschaft der Banata Schwaben. Also Dr. Franz Metz hat ja im Laufe seines Schaffens über 200 Werke von Barater und südostdeutschen Komponisten herausgebracht. Werke, die vergessen, die verschwollen, die verschwunden waren. Und er hat sie eigentlich allen Freunden und Liebhabern der Musik zurückgegeben.